Wo geht's jetzt weiter? Was machen wir als nächstes? Ich möchte mir die Aufgaben nochmal ansehen. Da gab's ja eine Aufgabe, ich glaube, die können wir einfach so machen. Aber was ist das hier? 11 Stunden? Kann ich vielleicht... Ich hab da geklickt, vielleicht hat das da gewollt, wenn ich hier klicke. Levels spielen, Pinatas verdienen. Durch Wiederholen eines Weltlevels erhältst du eine Pinata aus dieser Welt. Erhalte mehr, sobald die Zeit zurückgesetzt wird. Okay. Doch, Wiederholen eines Levels? Na egal. Jetzt machen wir erstmal das hier. So. Also da können wir irgendwie gar nichts machen gerade. Events, äh... Vier Tage. Ja, komm, spielen wir das mal. Und das Premium-Pflanzen-Mission. Okay. Ich weiß nicht, was es ist. Das Pflanzen-Mission, mach. Bitte was? Alles klar. Wir kommen. Hätte ich die vielleicht hinsetzen können, damit das hier alles? Finde ich hier jetzt mal? Das sieht gut aus. Cool. Nehme ich mal auf. Ich warte noch ein bisschen. Äh, ja. Oh, Stachelgras. Was? Noch mal Stachelgras. Das haben wir hierher. Ich glaube... Oh, ist das ein Fisch? Ich glaube, der macht das auch nicht platt, oder? Doch, das macht es platt. Nicht zwingend gut. Das ist ein Tintel-Fisch. Bitte was? Hey, Fernse. Ah, ein riesiger bei der Zombies kommt. Verdammt, der lebt immer noch. Können wir das auch so machen? Nein, geht nicht. Oh, der lebt immer noch. Oh, weg. Aber der hier ist... Okay, jetzt ist er auch weg. So, mal sehen. Ich lebe mir die jetzt auf für die Großen. Ja, da kommt schon einer. Eine riesige Welle von Zombies. Das ist gar nicht gut. Oh, das wiederholst du gut. So, das ist nicht zwingend gut. Was macht der? Ja, geil. Endlich weg. Okay, geschafft. Ha. So, Premium-Pflanzen-Mission erledigt. Sammle Samenpäckchen. Okay. So, eins geschafft. Dann, jetzt das Zweite. Machen wir da gleich weiter. Mindest Premium-Pflanzen-Mission. Grabsteine. Pflanzen, was ist das? Also, Homies are coming. Leute, bitte was. Also, die laden einen Angriff auf und der ist dann alles zerstören, oder wie? Und ich hab sie da oben platziert. Was machst du? Ah, okay. Na, das ist auch der Erbser hat dem hier ein bisschen Zeit gegeben. Ah, er hat noch nichts, also schießt er noch nichts. Was ist das? Und was ist das nichts? Was warst du? Alter Schwede, geil. So, jetzt hast du hier mal. Cool. Roboter-Schwarm. Nein. Nein. Ich mach jetzt. Nicht hier. Hier, schießt. Okay. Auch nicht schlecht. So, verdoppelt euch. Ich glaube, hier und da werden der Rasenmäher losgetreten. Da auch. Und da oben auch. So, was ich jetzt aber, kommt immer einer hin. Aber ich glaube, es sind sowieso nur noch die hier. Was war das? Was war das? Der hat meine Dinge einfach weggetreten. Mit was? Das wird euch. Was? Oh, passt. So, zweite Bisschen geschafft. also da gibt es ja viel mehr zu müssen viel mehr möglichkeiten das nächste das machen wir heute noch durch wenn er das ist die blumen zertrampeln sie dürfen die blumen nicht zertrampeln und das premium pflanzenmission wenn sie blumen ist der tampen dürfen dann machen wir das doch so da geht es ja gerade nicht die wir uns noch auf jetzt die kommt dann hier unten hin oder hierhin keine ahnung die wird jetzt aber aufgehoben soll ich ja das ist hier alle weg so und jetzt mache ich hier eine super ewig auf das kommt da oben noch einer hin ein cowboy das ist schon die erste explodierte zweite so eine riesige welt von zombies nähert sich ich bin mal gespannt fallschirmel bitte was ich glaube dass so hat gepasst wir dürfen die blumen nicht zertreten die saubern bitte was ja wie geil ist das denn da nehme ich mir noch auf jetzt gehen die einfach wieder da rüber ok wofür sind die so eine sau wieder da ja ich bin hier ich bin zu 10 10 10 10 Oh, Mist, da war eine Münze gerade. Irgendwie ist es ein bisschen gefährlich hier. So, weg mit euch. Nein, da oben kommt ein großer Mist. Ich bräuchte mal neue Sachen. Jetzt kommt ein lauter große, ich kriege die Krise. Okay, der wurde da drüber geschüttet. Aber du darfst die Pläne nicht kaputt machen. Eine riesige Welle Zombies kommt. Na toll. Doch, hab ich ein Glück. Nicht gut. Wobei, eigentlich wäre das sogar gut, der würde Dinge einsetzen. Okay, dann soll er das machen. Ich müsste hätte da halten sollen. Kommt der da hin? Oh, nein, der wird jetzt aufgehoben. Der ist kein großer mehr. Der auch. Der kann hier hin. Habe ich es jetzt nicht geschafft? Ich glaube, ich habe es geschafft. Also könnte ich das mal mit schaffen. Und? Geschafft! Das war aber ganz schön knapp. Also, level 4. wenn das premium pflanzenmission wieder aufgehoben er der kommand hier ja okay jetzt hier und mir braucht du für einer wahrscheinlich sowas wie die walnuss kann das sein aber das ist aber 70 blöd platziert so dass wir die walnuss bloß im angreifen schaden erlitten wird so was bist du hier aha fisch ist samen geht schon ein bisschen schlecht ich bin hier für die großen wieder auf die 100 bekommen werden grinsen das gefällt mir das ist jetzt irgendwas passiert was ist das denn So, das haben wir jetzt ein bisschen zu riskant hier. So, eine riesige Welt Zombies nähert sich. So, das ist ein bisschen zu riskant, aber geil. Hey! Tja, wenn der das schiebt, dann gehen meine Pflanzen kaputt. Oh, ich dachte, das wäre... Oh Mist, ich dachte, das wäre wieder ein Granatapfel. So, aber jetzt kriege ich die weg. Ah, da kriegt auch sowas. Okay. Okay. Ich glaube, Papageien, die versetzen meine Pflanzen an andere Positionen. So. Ey! So. 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 So.